Diese Sternzeichen begehen die meisten Verbrechen. Platz 12 Zwillinge Die Statistik besagt, dass Zwillinge das ungefährlichste Sternzeichen sind, da sie das Leben und ihre Umgebung nicht allzu ernst nehmen. Das ermöglicht ihnen, gleich doppelt aufzuatmen. Platz 11 Wassermann Wassermänner können ebenfalls als eher unschuldig betrachtet werden, da sie einen starken Gerechtigkeitssinn und ein robustes Ego haben, was es schwer macht, sie zu erschüttern. Oder vielleicht sind sie einfach nur schwer zu fassen. Platz 10 Löwe Es stellt sich heraus, dass der Löwe eigentlich nur spielen will. Wenn diese majestätischen Großkatzen ihre Krallen ausfahren und Verbrechen begehen, tun sie dies nur, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Ansonsten halten sie sich lieber von allem fern, was sie in Schwierigkeiten bringen könnte. Platz 9 Wagemann sollte vorsichtig sein, wenn Wagen wütend werden. Normalerweise sind sie bekannt für ihre Güte, Gerechtigkeitssinn und Ausgeglichenheit. Aber wenn ihnen die Geduld ausgeht, begehen sie sogar häufiger Verbrechen als die vorherigen Sternzeichen. Platz 8 Jungfrau Jungfrauen können als durchschnittliche Psychopathen betrachtet werden, da sie aufgrund ihrer perfektionistischen und organisierten Naturverbrechen sorgfältig planen. Allerdings tendieren sie eher dazu zu betrügen, anstatt zu morden. Platz 7 Fische unter den Fischen finden sich Serienkiller, die oft ausgefallene Mordmethoden bevorzugen und eine Neigung zur Sucht zeigen. Vorsicht ist geboten. Platz 6 Steinbock Normalerweise haben Steinböcke Respekt vor dem Gesetz. Allerdings gab es einen Steinbock, der als Krimineller mit den meisten Morden bekannt ist. Es scheint, als sollte man sie nicht reizen, da sie offenbar eine gefährliche Seite haben. Platz 5 Widerwider können schnell wütend werden, aber ihr Ärger verfliegt auch oft schnell wieder. Trotzdem belegen sie Platz 5 auf der Liste. Wer einen Wider verärgert hat, sollte daher besser Abstand halten, bis sich die Wut gelegt hat. Platz 4 Stier Da Stiere Luxus lieben, ist es nicht verwunderlich, dass sie in Bezug auf Verbrechen einen der vor deren Plätze einnehmen. Sie sind oft in kriminelle Aktivitäten verwickelt, aber neigen eher zum Betrug als zum Mord. Platz 3 Schütze Es ist bekannt, dass Schützen sich gerne als Anführer sehen und nicht mit kleinen Kriminalitätszufrieden geben. Es gibt Beispiele von Schützen, die in Massen morden, wie zum Beispiel Ted Bundy, Pablo Escobar und Stalin, die allesamt dem Sternzeichen Schütze angehören. Platz 2 Skorpiones Es ist bekannt, dass laut der FBI-Statistik die meisten Serienmörder im November geboren wurden. Daher ist es wenig überraschend, dass Skorpione den zweiten Platz im Ranking vor Schützen einnehmen. Skorpione neigen zu sadistischen Taten, und wenn ihre Leidenschaft mit ihnen durchgeht, ist niemand sicher vor ihnen. Platz 1 Krebs Laut der FBI-Statistik gilt das Sternzeichen Krebs als das gefährlichste. Es wird berichtet, dass Krebs die meisten Morde und andere Verbrechen begehen, oft aus Eifersucht heraus. Es wird auch behauptet, dass Krebs zu extremen Stimmungsschwankungen neigen, was eine explosive Mischung darstellt und ihnen somit den ersten Platz in dieser Liste beschert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020